Okay, ich nehme an, da kommt keine Musik, wenn du dich jetzt da dran schwingst. Wir waren zu spät. Alarm ist vorbei. Ich schätze mal, der ist mir anders hingefahren. War nicht zu dringend. Ich mach mal auf, ne? Wie geht das jetzt? Wie geht das? Damit man nicht runterfällt, sollte man sich gut feststellen. Und zwar, ich häng mich mal hier dran. Ja? Und dann? Ich hab mal einen Pole-Dance-Kurs gemacht. Ist das hilfreich? Das wäre natürlich ein Kopfblühehohn. Da tut man irgendwann weh, wenn man nur einen Kopf. Ja, sieht geil aus. Juhuuu! Okay, Leute, pass das fucking Feuer! Was darfst du denn jetzt? Ihr habt eine Techno-Disco hier unten? Wer ist der Ode, ist das? Aua! Wer ist der Ode! Das ist eine Techno-, Und was soll das? Da, die Techno-Discoe hier obenuen. Vielen Dank.